Daniel, 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 warte kurz. Ach, hi, Raffi. Gut, dass ich ihn noch treffe. Ich habe was von Wahlen im Radio gehört und wollte fragen, weißt du, was ein Bundeskanzler ist? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss los, aber ich rufe schnell Tanja an. Hey, hey Tanja. Ich habe gerade jetzt, als ich auf dem Nachhauseweg war, einen Raffi getroffen. Der hat mich gerade angequatscht, was eine Bundeskanzlerin ist. Jetzt kannst du ihm da helfen, dann würde ich ihn hier gerade schnell vorbeischicken. Ja, geht klar? Alles klar. Ja, supi. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017